Ok. Jetzt wird er siehe. Jetzt rechts? Ne, links, sorry, sorry. Andere Richtung. Dann schalte dich doch mal vorher. Der GPS zeigt dir immer nach Norden. Schön Coach hier zu werden. Was wir auch für ein Loot verpassen hier bestimmt. Ja, ist jetzt so egal. Ja, wir sterben ist der Loot so egal. Ja, und dann müsste als nächste Stadt Starisubor kommen. Dann ist größer. Also da wo wir eigentlich schlechte Erfahrungen hatten, aber... Wir haben uns da noch gar nicht wirklich umgeschaut, oder? Hm. Wollen wir nicht. Sound leise machen. Kann nicht Feuer. Ja. Wir sind ganz da. Wir sind da. Hier muss jetzt bitte ein perfektes Krankenhaus sein. Jetzt muss jetzt... Jetzt muss hier ein Antibiotika auch im Krankenhaus sein. Das ist ein Supermarkt. Hier ist der Ort wo wir gestorben sind. Der für den Wurs scheiß beschliessene Wohnhaus in diesem Kaffee. Warte mal. In Tscherno war das... Krankenhaus... Da ist es. Nee doch nicht. Scheiße. Weil die Krankenhaus sind auch nicht immer Zelte, oder? Nee, nee, nee. Das sind eigentlich immer Gebäude in den Städten. Ich dachte eigentlich das hier wär's, aber... Da vorne ist es glaube ich, oder? Bitte. Das ist das Krankenhaus? Nee. Doch, die hier. Zelte. Krankenzelte, Krankenzelte, Krankenzelte. Okay. Keine Zämmi ist zum Glück auch mal aus im Saison in der Nähe. Nix. Guck mal da drüben hin. Zelte hier komplett leer. Scheiße. Scheiße. Mist. Auch alles leer. Das drüben ist auch kein Krankenhaus. Das Gebäude. Nee. Sieht mir aber ein bisschen so aus. Scheiße. Ich finde dann nirgendwo anders sowas war. Oh, scheiße, Mann. Was denn? Falsch nirgends geschrieben. So, kack. Ja, wir können jetzt eigentlich nur die Städte abklappern. Mhm. Also, sprich, wenn wir jetzt hier noch die Städte abklappern. Dann wieder auf die Hauptstraße fest. Dann nach Sinobisubo wieder. Und dann links hoch. Da vorne ist ein Tor. Mhm. 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 Fahre ich richtig. Weil du jetzt auf die Hauptstraße? Ein bisschen. Ja. Wir fahren jetzt nach Cerno. Nach Cerno? Mhm. Das ist definitiv ein Krankenhaus. Ja, das ist aber ehlinig weit. Das weißt du schon. Bis dahin können wir verbutet sein. Ja, wir verbluten endlich. Wir verlegen hier kein Blut. Verlegen noch Blut oder nicht? Nee. Achso. Also, ich bin jetzt wieder auf der Hauptstraße. Okay, verlegen wir Blutmanns. Ja, dann fahren wir nach Novi und dann fahren wir nach Süden. Ja. Also, nächster rechts. Ja, wieso? Wo waren wir ab schon? Ja, ich weiß. Aber von daraus kommen wir, glaub ich, ganz gut nach Cerno. Oder wollen wir hier weiter fahren? Ja, nee. Nach rechts jetzt. Das ist eigentlich nicht. Hier ist auch kein Krankenhaus, so. Nee. Zu klein. Was ist denn jetzt die ganze Straße? Ja, die Straße nicht. Ich guck mal, ob es noch irgendwelche. Okay. Das ist ja auch so. Das ist ja auch kein Elektro. Das ist natürlich auch nicht so gut. Dann sollten wir hier links abbiegen. Okay. Ja, erstmal immer die Straße vor. Da kommt bei den Orten, da müssen wir auf so einen kleinen Feldweg abbiegen, da kommen wir direkt in den Schirm rein. Ich dachte mal, vielleicht beim infizierten Blut. Ich weiß das nicht. Also als ich mal infiziert war, hab ich glaube ich auch nicht verloren. Okay. Da werden wir sehen. Soll, da ist ein anderer Spieler. Ja. Fahr weiter. Ich dachte, der steht mit dem Mal. Ja, der steht mit dem, der weiter auf uns schießt. Wollen wir den Platz mal? Nee, lass mal jetzt gut sein. Okay. Warte. Warte mal. Na, falls er jetzt schießt. Lolle schießt. Der hat mich geschossen. Oh Gott. Was lag da so ein Ficker? Oh, das sollte man auf sowas nicht reinfallen. Das war ein Sniper. Ja. Oh Gott. Oh, nee. Ich frage ihn jetzt wieso. Ich verstehe es nicht, wenn man so nett ist, ja. 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 Ich werde gekickt aus dem Spiel. Toll. Ne, sowas ist echt dumm. Und wieder einloggen. Ja. Die wird damals keinem mehr von ihm im Weg, Alter. Spass. Ne, Mann. Ja. Das war jetzt echt, das war das eine Mal, wo man nett ist. Ich frage ihn jetzt gleich wieso. Okay, ich wurde gekickt. Ich muss nochmal reconnecten. Ja, ich auch. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. So. Da sind wir wieder Freunde. Scheiße, ihr Ficke weg, Alter. So, ein Bandit. Ja. Das heißt, die haben besondere Skins irgendwie, oder so. Ja, wir müssen noch viel lernen. Niemandem dazu vertrauen. Ja, ich bin über Elektro gespawnt. Ja, ich bin irgendwo im Arsch der Welt gespawnt. Ja, ich bin irgendwo im Arsch der Welt gespawnt. Wo bin, wo denn? Jetzt habe ich eine Koinigung. Oh Gott. Ich bin, ich, oh Gott. 136, 113. Ich bin auf dieser kleinen Insel bei Tollga gespawnt. Ah, das ist gar nicht so weit. Lassen Kamishovo treffen. Du bist auf der Insel gespawnt? Ja. 121, 118. Du musst jetzt rüberstürmen, oder was? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Kamishovo. Da muss ich auch noch ein Stückchen laufen. Ja, das geht's. Dann gehen wir nach Elektro. Oh Gott, ey. So ein Affleck. Warte, was geantwortet. Ja. Scheiße, so geil. Loot, ein geiles Auto, Alter. Moment, Moment. Warte, wir sind immer infiziert. Na ja. Alleine mein geiles Backpack, Mann. Wollen wir jetzt eh Schluss machen, oder? Wir lassen uns noch treffen und dann... Ich will auch nicht aufhören zu spielen. Okay. Ja, gut. Ein Stückchen können wir noch aufnehmen. Ja, wir können jetzt auch erstmal bis wir uns treffen und dann nur entscheiden, ob wir dann weiter aufnehmen. Weil das ist jetzt langweilig, nur so rumzulaufen und so. Ja. Ist halt so. Was hast du dir wieder zu? Ja. This... This was... Kill of the week. Na ja, machst du nix. Nö, dann machst du echt nix. Nö, dann machst du echt nix. Ach ja, Leute. Oh, ich glaube da ist ein anderer Spieler. Ja. Jo, da ist noch ein anderer Spieler. Der gehört mir, Alter. Dann tue das jetzt. Ja. Wie ist unser Killer? Kallen oder so, ne? Den krieg ich, Alter. Wenn es das letzte ist, was ich dieses Mal mache. Der rennt genau auf. Aufkam ist irgendwo und so. Casio heißt ja, der uns getötet hat. Alter, sind richtig viele Spieler auf dem Server, ne? Ich weiß. Ich möchte jetzt eigentlich Casio holen, ehrlich gesagt. Mein Krieg noch nicht. Fack mal, wieso rennen meinen Moe so langsam? Da sind auch noch noch die Unenthalten an, ne? Ja. Oder Noobs. Ja, es sind halt Noobs, sonst machst du nix. Ja, puh. ist ja auch überall man muss seine erfahrungen machen der rennt bei dem bahn schien lang der rennt jetzt in den wald heim was soll er mal machen ist jetzt schlecht gelaunt nein aber es wird eh nur so ein frischgespannter sein der so keinen besonderen blut hat trotzdem muss er es mit frust ablassen mach mal nicht dass ich wieder umsonst in die richtung renne und du wieder stirbst du bist auf der insel gespawnt? nein auf dieser frunze kann man eigentlich auf die insel drauf weiß nicht wahrscheinlich nicht mit schwimmen ja denke auch vielleicht ist da ganz guter loot drauf auf der großen insel da bei weiß ich nicht wo ist das? hier diese riesige insel bei bei kamishobo dieser große rechts da runter ja ok ich bin jetzt mal grad leise weil ich den hören will hm tja shit so kannst du ja sein dass er mich genutzt hat und einfach weiter gerannt ist wie meinst du? ja dass er einfach eiskalt weiter gerannt ist geradeaus einfach nur in die bäume kurz um mich abzulenken so ach so ach so da ist er ah lol oh fuck zwei das waren zwei ah oh lucas wie du bist jetzt nicht hier in meinem lege gespawnt äh ich hab die überhaupt nicht gesehen man heisst lol ich kann nicht escape drücken alles geht das ist ein spiel für arschlöcher du bist nur gespawnt keine ahnung mein spiel als hier umgeht ne alte 4 nee ich kann keinen escape mit alles geht alles geht ja ich kann keinen escape mit ich kann keinen escape mit alles geht alles geht schweiß spiel oh da war nicht zu zweit da hat er sich nen kumpel gerufen das lachs oder hast du nen kumpel nicht gesehen hm oder hast du nen kumpel nicht gesehen ja oder so auf jeden fall saßen sie voreinander ich glaub ich hab den einen noch ein bisschen angehittet ja vielleicht sollte ich nicht weiterlaufen glaub ich nicht weiß wo du spawnst mhm lege ich mich erstmal ins gras mhm du könntest die beiden typen heute killen gehen auf jeden fall auf jeden fall lucas einfach ne granate rein und tot ok ich guck ob ich granate habe ne sieht nicht echt aus meistens finde ich die standardaussetzung zu wenig ich könnte nur ruhig zwei antibiotikum sein aber es kann sein zeiburg ja du auch hallo lucas oh scheiße ich beobachte ein rind dicca sag mal ner was na bitte noch nicht ganz aber es wird sich schon wieder beruhigen ja oder Ich leg's bei mir richtig runter. Connecte nochmal rein in TS. Ich mach nicht vom Spiel raus. Mal doch. Ne. Hm. Sag mal was. Das macht noch nicht besser. Scheiße. Neckte TS ist halt ein bisschen rum. Kann man uns auch nichts für. So. Oder Lukas, geh mal auf, geh mal, geh mal auf Channel bearbeiten und stell mal die Qualität in das mal. Bei 100 A und 100 A und 100 A und nicht gespaunt. Ja, aber geh mal, geh mal in TS. Und äh, stell mal die Qualität vom Channel runter. Du bist, äh, bei Elektro. Du bist eigentlich genau in meine Nähe gespawnt. Oh, ne. Sag, sag mal nochmal deine Koordinaten, die Fahrrad twibbelt. Ja, stimmt. Cool. Ja. Ja. Ne, ganz schlecht. Wie gesagt, sollst mal die Qualität von TS runterstellen. Warte ich mal. Die Qualität von TS runterstellen. Okay. Okay. Naja, naja. Du immer noch, blickst immer noch rum. Sag mal deine Koordinaten. Schnitt. 118. 148. 198. 131. 38. Ach, 38. Ah. Übericht die, die im Zamm ist ja keine. Also. Sorry, aber schreib mir mal die Koordinaten in Steam. Vielleicht ist immer noch so abgehackt. Oh mein Gott. Ich schreib mir mal kurz eine Nachricht. Ich hör dich abgehackt. Jetzt ist wieder was. Das dauert halt nur, weil du... Ich muss dich auch noch mal kurz beenden und... Äh, mal gucken... Warte mal, ich leg mich mal hier irgendwo hin. Das ist jetzt einfach mal zu laufen. Oder lass aufhören, ja. Ich glaub, es läuft auch ein bisschen raus. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, ähm... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.